Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 12 Auftrag. Zähme Wildtiere im Verlauf eines Matches. Insgesamt müssen wir da drei Wildtiere zähmen. Ich zeige euch mal kurz, wie ihr das am schnellsten abschließen könnt. Der beste Ort dafür wäre hier in Shifty Chefs, denn dort auf der rechten Seite haben wir ein Wildschweingehege mit zwei Wildschweinen. Das Ganze reicht dann auch schon aus für die Aufgabe. Wie gesagt, haben wir hier das Wildschweingehege auf der rechten Seite. Hier haben wir die zwei Wildschweine drin. Jetzt zähmen wir hier das Erste, springen hier runter und zähmen das Zweite. Und dadurch, dass wir das Zweite zähmen, ist das Erste wieder umgezähmt. Jetzt springen wir hier wieder ab und zähmen jetzt hier das Dritte. Zack, und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao! Bis zum nächsten Mal.